Ich komm mit zu euch, deswegen. Alter, das ist aber ziemlich special. Ja, ich heile euch, alles gut, kriegen wir's hin. Ah, da ist der Eingang, cool. 1, Angreifer nähern sich, verteidigen Siemziehung A. Ja, und schon down. Scheißspiel. Geil, bleib bei der Tür. Hol die neuen, die rauskommen. Ich gucke mal wieder nach hinten, ne, Jungs? Jo. Ihr braucht doch überhaupt keine Heilung, ne? Ne, brauchen wir nicht, geh mal zu den anderen. Schade, du sagst mir, wenn du die Position veränderst, ne? Ja, mach ich mal. Ah, wenn du durchgesneakt, kann dir mal jemand holen? Ja, einer ist on-spot gleich. Nen Legui. Der ist schon drauf. Ja, ist so. Der ist gleich durchgetabt, der ist gleich durchgetabt. Oh, ne, ne? Das ist aber ein Witz. Wie kann denn das passieren? Neue Teillegungsposition, Zielpunkt B. Wir müssen, wir sind zurück, Schradder. Ja. Nicht vor. Hinter uns. Die Stunde hat geschlagen. Come back, come back. Hört man mit hingehen? Ja, ja. Ja. Ja, come back, come back. Ja, come back. Ja. Wir versuchen rechts lang zu kommen. Oh, I need support. Down. Nein, du solltest ja auch zurückkommen, du warst ganz alleine vorne. Ja, ich hab irgendwie das erst mitgekriegt als du das gesagt hast und dann standen die schon in mir drin In dir drin schon? Ja Keiner hat schon übergesetzt Ich bin jetzt auch in den Spot, komm mal bitte mit auf den Spot Bin da Ich bin schon wieder in diese scheiß Falle gelatscht No, Rainer down Spot ist aber noch clear Ich guck das an Ich bin rechts, ich guck das an dich hier rechts über die Dingen schweben Es macht am meisten Sinn, dich zu verteidigen, weißt du? Musst du das, wenn du ausgeklinkt bist, auch nachladen? Rainer hat es da Ich muss auch nachladen, ja Kommt, komm mal zurück, Rainer, komm mal helfen Komm mal Ob der vor dem Haupteingang in der Mitte ist, der Rainer hat Ja, der ist jetzt hier auf dem Weg nach rechts Oh, es fehlt so ein bisschen die Mini-Map, ne? Ja Ja, finde ich auch manchmal, aber ich glaube das wäre auch schwierig Weil das ist genau das Ding, ich sehe halt nicht, wenn ihr abhaut hinter mir so, ohne Jemand drauf Ich hab dich im WC Da ist jemand drauf Ja, ist down Ja, lass den gleich auch, der hat ein Drittel geschafft Tappt das nicht zurück, ne, ne? Ne, wenn er die Marke erreicht hat, dann nicht Ohne Jetzt wird's massiv Geh vor, Kanz Vorpäusen Komm zurück Hauptsache als Ulti betäubt Ich komm ein bisschen zurück, komm bis auf Spot Oh, fuck Ja, da müssen wir ja wieder ab und zu mal ein bisschen zurückweichen, ne? Ja Kannst du in der Zeit da vorne drin stehen bleiben Geht nicht Verstelle mich mal ein bisschen defensiver Ja, pass Oben links Oben links, ja Hanzo Hanzo bin ich ja Ähm, der Haupttor auch Jo, ich hab hier Probleme Am Haupttor ist ordentlich Action Ja, ich Hau auf das Schild von Reinhard Ich glaube sein Schild ist down Geht das nicht heilig? Rechts, rechts Die Stunde hat geschlagen Ja, der Reinhard blockt halt ziemlich gut die Schüsse Stehen drei am Hauptgerät Egal, immer schön das Schild Da bräuchten wir jetzt nen Granatentypen, der irgendwie hinter die Ecken da was Granaten ballern kann Ja, wenn sie hinter der Ecke bleiben wollen, können sie sich da gerne einen pillen Hauptsache, die kommen nicht rein Ja, aber die sammeln sich dann halt zu 5 Dann pushen die zu 5 Rechts Fenster Fenster Hanzo Happen Happen Oh fuck 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 Chai hoch Ja, ich hab auch ulti ready Ich pse die dann aufm Spot Die Lucian ulti Die kommen aufs Spot Ja, auch von links kommen sie auf alle Fälle Jetzt wirds massiv Die werden wieder geheilt Hey, das gibt's doch nicht Ulti von rechts, ne? Drei Leute geknallt, mit Ulti, alles Anze oben Anze ist down Nice Ich weiß auch nicht, wer der Granatentypi ist, der die Ulti gerade gezündet hat Ja, wir haben View, rechts, alle von rechts Haupttor kommen zwei, drei Komm nicht so weit vor, Abruf, nicht so weit vor Ja, bleib hier so stehen Komm mal zurück, kommt mal zurück Das ist, wir stehen so weit vorne drin, oder? Na, das klingt so gut Alle Regler auf Anschlag Oh geil, ey, geht doch schon wieder ab Ey, Rainer, das ist doch geilste Tank ever Ich finde ihn auch gut, ja Rechts ist einer, der Granatentypi Rainer vorne, meiner in Gang Mit einem zweiten, dritten Die gehen wieder über die Seite, wo sie das letzte Mal kamen Einer Mitte Anzo ist Mitte Links durch Links durch Oh, da sind viele Am Heiler mit Schild down Hat schon wieder aufgebaut, das Ding Ritten Andere Seite War noch einer oben Oben, rechts Zweier Fenster Nice Sind die runtergefallen? Ich geh mal gleich rein, Harden Besseres Wortspiel Rein, Harden Mitte einer durch, nach links Mitte, Mitte, Anzo, Mitte Anzo, der muss weg Du scharf, Schütze Hauptengang Komm mal Mitte Oh, fuck, er hat Das gibt's doch wohl nicht Er hat mich Streuze sehr das Gerät hier Komm wieder von links Grave von links Ich hab Ulti auf dem Spot Komm mal bitte zurück auf dem Spot Von rechts kommen drei Was macht dein Ulti? Äh, unschärblich kurz Also, was ist denn unschärblich? Das ist mega für Rüstung Wir sind Weil Komm, geht er hoch Ja Wo schießt denn der Anzo da rum? Einer drauf? Nice Komm mal zurück, komm mal zurück Abruhig Wir kommen wieder von links Ja, ist toll Ach, super Noch nichts gefragt Unten ne Tracer Mit dem Healer Oben rechts, oben rechts Oder dort oben Den Hanzo Ab die Tracer Ist ja nass Unten war, glaub ich, noch ne Widow Kann das sein Oben rechts, oben rechts Oder oben links, oben links Den Medsch ist weg Ja, da kommt sie nicht Oder pack oben 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 links links aber fast kein live mehr der mech ist weg ich heile ich heile ich heile von rechts von rechts hörbar oh die ist böse ich hab meine ulti nicht ready ich hab auch die komplette team ausgelöscht ich hätte sogar noch ulti aber gedefft haben wir immer noch noch zehn sekunden das war entspannend ja der erste spot war ein bisschen blöd aber ansonsten ich finde die map ziemlich gut zum ansagen du siehst du hast relativ schnell überblick da ist das ding erste mal jetzt war genau die szene oh ja oh ja ulti pok 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 schön beim zahnarzt meinte apu dicker willst du mich verarschen hat er nicht ficken hat er geschrieben wer oh ich wollte noch schnell mich selbst anklicken er hat geschrieben ne äh floh musst äh das ist jetzt hä warte mal du musst mit tab durchswitchen bei drei meter hast du schon übelst ein gummiarm ich stehe links schon links oben Winston rennt vorne ich heile ich bin hinter dir den sniper steht oben links oh instant hat er mich gehuckt gut ja ich bin auch direkt vor dem pumpen typ gelaufen der hat mir ein pumpen ding gegeben ne ich jump oh fuck das war dumm ich bleib erstmal rein kannst dich auch auf das eis schild stellen dann äh wenn die den eis schild da zieht dann fliegst du schön in luft machst du erstmal schönen sprung um die ecke ist geschützt das machen wir alle ich gebe dir euch heilig drauf da drinnen ist der tank gewesen musst du erstmal für hinten da freimachen ne ich werde von trotzdem ich sichere den pump muss ich bei der ulti von dem revolverheld nur einmal dann draufdrücken oder mir mal das habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden das äh das äh holt die ein bisschen frühe jetzt selber wäschen hä warum wirbelchen busch durch die gegend Flo warst du das? ne ich vinzen ok ich vinzen brauch ein bisschen heal hab nur 82 ja ich bin down gegangen ich hab Schütze die spielen auch viel zu aggro ne ist voll lustig die gegner? ja ja lass mal warten abruf wir sind zu wenig ok ne jetzt sind wir alle da durch die mitte oder was wollt ihr? äh das geschützt bastion steht in der mitte im turm drinnen die stunde hat geschlagen ja ja alle herkommen und heilen tack ja zurück auf patrouille teil dich topster au oh das hab ich gar nicht gecheckt erst erstmal hier rechts reingehen und dann über rechts rum ach schild war hier lang schild war hier lang schild war hier lang schild war hier lang go go push alter der sniper steht hinten links rein rein alle rein hinten links steht sniper äh den bastion raum mal bastion töten bastion töten bastion töten das passiert mir nicht nochmal zwei bastion stehen halten alter die müssen als erstes getötet werden aber jetzt hat alle down war gut dann warte ich mal ich nehm hier auch meinen scharfschützen ich mach auf mit heiler hm scharfschützen wir müssen die da hinten wegsnipern das hilft nix wir können ruhig noch einen zweiten scharfschützen vertragen glaube ich ja das wird schon auch gleich dass wir die da hinten die scheiß bastions wegkriegen ja von hart ey ich muss auch jetzt wechseln auf dem last point ich hab zu wenig range ja ich versuche mal mit meiner ulti da was zu machen eben bastion down wieder bastion down bastion down ja hast du noch einen scharfschütze komme ach der hat mich auch noch getötet oder was ist der doll das ist eure doll und ich da einfach grad durchgeraged bin mit dem ulti von dem affen ich nehme dieses angriffsziel ein ich bin am angriffsziel sammeln an meiner position ja was ich auch übelst vergessen hab ist mir grad wieder eingefallen wo ich den besten sehe im midi angriff ja midi angriff generell vergesse ich auch immer ja mit der drolla wenn ich da hin und her fliege ich bin zu langsam dann bin ich übelst das ziel immer wieder im einsatz ich glaub ich hab übrigens grad schwiereres play of the game gemacht mit dem affenmodus da nicht sicher nicht sicher ja wo ist die radischchen sag doch hier dass hier einer steht ja was zum teufel man die nervt mich gerade richtig hart ja das gibt's doch nicht shit er hat wallhack safe na die haben ne widow da haben sie sowieso wallhack also ab und zu mal ja ist eh der letzte punkt wir sind ziemlich schnell vorgeglitten also bei uns war echt nur im ersten game kacke dass wir den ersten punkt so verschenkt haben weil da einer drauf stand ja gut aber wir haben ja trotzdem full hold gemacht ne was haben wir? wir haben trotzdem full hold gemacht dann letztendlich also komplett gehalten ja wie sieht's da aus mit dem reinhard und bastion vorne am hopfen hingang ich mach reinhard so ich mach vier bastions im midi an ich warte da vorne äh ich bin grad am schweiß da ich mach bastion ja ich warte hier vorne und dann steht er einfach hinter mich und gas das ist schon jetzt down einer jedenfalls zu wem soll ich mich stellen wir kommen jetzt mal auf den gang erstmal Tobi kommt zurück oder? doch wir können drauf wir sind alle da NEIN jawoll geiiiil so play of the game hm 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 oh pizza ist da wir machen kurz pause bis gleich Jungs bis gleich Jungs bis gleich Jungs ja bis gleich äh und jetzt match verlassen weil die oder drum machen wir trotzdem weiter wenn dann muss Floor als Gruppe rausgehen am besten bis gleich bis gleich an bei dem sch Eing bis gleich bis gleich bis gleich bis gleich die sch